Willkommen zu einem neuen Video auf MacAchorals. Heute will ich euch zeigen wie man mit Android, YouTube, Telekom Drossel umgeht. Und zwar gehen wir in den App Store und laden uns die App ZenMate runter. Sie sieht ungefähr so aus. Das ist eine VPN Proxy, eine VPN App. Damit könnt ihr mit eurem Tablet oder Handy über VPN ins Internet gehen. Das geht ungefähr so. Ihr öffnet die App, wählt das Land aus, klickt auf an, ist connected und ihr seid verbunden. Dann ist da oben ein kleiner Schlüssel, der euch dann zeigt, ich bin verbunden und ihr könnt euch natürlich noch mit In-App-Käufen für ein Jahr kaufen. Ihr seht das nochmal, da ist diese VPN App. Die ist jetzt offen und ihr geht über diese Schweizer IP in den Internet. Und ja, das war es eigentlich schon. Da sollte eigentlich die Drossel von TH Telekom aufheben und dann würde ich sagen, gucken wir uns mal kurz an, ob es was gebracht hat und wir klicken jetzt auf ein Video und es lädt sofort. Ja, gerade unser Minecraft Video auf Mnm zockt. Na ja, auf jeden Fall war es das eigentlich schon zum Tutorial und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Outro Outro Outro